fackel zum eis und so ein fackelstander zum einmachen nö seh ich nicht um der hat gerade gar keinen schaden gemacht die ratten maus mausratte schlangen anaconda hydra hydraspoas konstruktors wie viele was alles immer noch nicht sein wenn ich es ist dieses dieses regen wird da nicht mehr zu hören hier unten jetzt noch tiefer in der erde drin sind ich habe ich wieder treffen lassen warte mal kurz nase kratzen oh ja oh ist aber peilig ist zu sterben und cool ne magie das ist mir eigentlich schon ein herz das wäre ziemlich geil jetzt los hier mit der nase alter schwede malometer das kann doch nicht sein dass die nase hier so kratzt oh man oh man was da denn wohl los ist gibt es mal herz hier so cool danke gesagt getan so sind wir hier im abwasserkanal schuldig vorwärts es ist ja nicht mehr weit nur noch durch dieses gewölbe und wir haben die kathedrale erreicht pass auf wo du hintritt das ist nämlich ziemlich nass und eklig drinne und dem glück kommt die hier ins worte gehen klein mäuse fischer wow 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 sind das viele gehen einfach hier rein ganz schnell und es ist ja gar nicht mehr weit hier gibt es nicht hier gibt es nicht nichts 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 noch ein bisschen magic und noch mehr da oben geht es noch so eine maus für eine fledermaus die hier ist und einfach hier reingehen so naja fast keine magie verbraucht und leise voll vor sie immer sparsam was ja geil so toll dass man so treffen da toll beim gehen brauchen ersten schütteln monster wahrscheinlich also von einer ratte hat die ratten ratus hier hat das glanzmann hier hat es natürlich natürlich hat sich die letzte ratten schlüssel natürlich also müsste das ex das spiel das letzte monstern einmal den schlüssel hat vor allem nicht auch hier ist man helle erst mal hell wollen sind so wir kommen später noch mal wieder nur drüben so in den bombenschacht ist hier so ein schlüssel gewölbe das kommen wir jetzt mal nach am anfang des spiels da müssen wir später noch mal wieder kommen und das hier einfach wegschieben und her kommen und weiter mitkommen oh gott nie aufgepasst wo wir mal hier nie aufpasst und roter sind die zwanzig war die roten jungen nicht getroffen so so na komm mausi mausi so 57 57 von diesen geltlichen mitteln wisst es gar nicht mehr ob das links oder rechts war hinter dieser tür liegt die kathedrale zum öffnen musst du in einem der hebel ziehen ich verrate dir aber nie welchen ich ziehe einfach in dem jungen natürlich war das der falsche natürlich war das der falsche warum auch nicht ziehen diesen hebel um die tue zu öffnen drücke b und schaue kreuz nach unten und wir lassen uns nur wir lassen uns überhaupt mal nicht treffen an mann oh man es gibt es auch noch jetzt haben wir schon ein herz eingesammelt damit es nicht mehr piept weil wir nämlich übelst schlau sind und die prog immer vom herrn und das überhaupt ein treffen lassen jetzt sind wir aber mal hier das ist die richtige oh man und jetzt sind wir in der kathedrale cool du 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 ein wunders geschehen prinzessin zelda ihr seid in sicherheit hast du das getan schuldig na klar kein ding ja richtig schuldig half mir aus dem kerker zu fliehen jedoch hervor ich dort was er nie plant es ist einfach unfassbar er drohte mir mit den worten wenn ich mit dir fertig bin kann ich das siegel der sieben weisen brechen bitte schuldig lass nicht zu dass so wunderschöne hyrule in die klauen des bösen gerät wenn er das siegel der sieben weisen bricht werden böse dunkle mächte hier regieren bevor es zu spät ist ich flehe dich an wenn nicht agon nur du bist du in der lage bitte ich glaube eine dunkle macht steckt hinter agonimst taten und seiner schwarzen magie nur eine waffe ist imstande im kampf gegen diese macht des zauberungs zu bestehen das sagenhafteste monsterschwert aller monstern doch einiges mehr solltest du noch wissen ach so junge das spricht er das spricht er er sagt das hat leider dass das der fahrer spricht ey junge die leute sagen die leute sagen der dorf älteste sein nachfahre der sieben weisen er weiß sicher mehr über die kraft des schwertes zu ihnen solltest du gehen die burgwache suchte schon überall präzisten zelda verstecke ich hier bei mir ich mag irritiert also ich markiere natürlich dir das haus von sarasa sah ralas auf der karte aber nimm dich in acht das wird noch ein ziemlich guter name sarahalas oder irgendwie so mach dir keine sorgen und zöger nicht länger den dorf ältesten zu suchen da hast du mich doch verstanden oder war sowas von was hast du eigentlich hier darfst du dir mal was von dir klauen hier was ist denn das hier ein herzcontainer deine herzzahl ist gestiegen sind wir schon bei vier kraft der zwei herzen ne kraft der vier herzen sind sie jetzt gehen wir einfach mal hier raus oh da sind wir jetzt hier draußen oh da ist ja cool hier draußen so da müssen wir mal gucken wo wir jetzt hier weiter können können gehen können können gehen können 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 und zwar nämlich ob der Vater hat uns das markiert der Herr Kollege was ich sehr gut finde so jetzt bist du einfach mal tot guck mal doch mal auf die Karte und das X ist da drüben da müssen wir wohl mal ins Dorf reingehen äh Dorf halt Kakariko ist das so das Dorf äh Stürbe ja ich denke Stürbe mal sehen Dorf Kakariko stimmt sie kommt mhm sehr geil sehr geil haha ausgetrickst alle alle ausgetrickst oh ha special spezial das gemacht hier spezial spezial spezialist mäßig hier ist nichts drin oder hm 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 wir bräuchten ja nochmal ein Herz oder so aber gut au hier liegt ein Bombenboden runter das ist ja uncool was ist das hier Marsagerei davon halte ich ja eher relativ wenig ich sehe du hast bestimmt ein interessantes Schicksal lass mich in die Zukunft sehen es wird auch nicht teuer nö das ist nicht so meins bist du so arm dass du nicht mal deine Zukunft wissen willst aber ich wette auch du wirst meine Dienste irgendwann in Anspruch nehmen naja das werden wir sehen ob das dann wirklich so ist was ich nämlich nicht glaub drauf Kakariko nach unten please bitte mal Kakariko was ist das hier gesucht irgend so was der Entführer von Zelda schlagen sie ihr Raum wenn sie ihn sehen gibt es eine Chance einfach mal Hausfriedensbruch machen die Oma die tanzt ach sieh an Schochi was willst du denn von einer alten Frau wie mir wie der Dorfälteste oh es ist so traurig ich habe ihn nicht mehr gesehen seit der Zauberer begann noch Opfern zu suchen hm was das Monsterschwert hm an die Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern aber vor langer langer Zeit soll das Volk der Hylia in diesem Land gewohnt haben die Legende erzählt äh die Hylianer versteckten damals ihr hier erstaunliche Schätze einer davon soll das noch zu schwer sein es wurde speziell gefertigt um gegen böse magige Wesen anzukämpfen so weit ich mich erinnern kann soll es noch heute im tiefsten inneren des Waldes ruhen mehr weiß ich aber auch nicht verstehst du die Legende die immer mit ihren verstehst du das verstehst du das suche den Dorfältesten irgendjemand im Dorf muss doch wissen wo es kann doch nicht sein so ich glaube noch ein paar Töpfe o mimi weil du nämlich immer so cool tanzt und hier gehts wohl nicht mehr weiter hier gehts wohl nicht mehr weiter Gehen wir mal in deinen in deinen Geräte schuppen Oma Gibt es in deinem Gerät schuppen Oha Shouji Dieses Haus war früher das Versteck einer Diebsbande Dein Name des Anführers Achja äh blind hieß er und haste grenzlicht über alles weil er blind war hö 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 also du hast dir so rüber genickt soll mal wohnungen gehen hier mal Kollege cool Gibt es denn hier äh Kisten gibt es hier Hä achso Das nach unten, das noch mal, kann man das noch mal nach unten nehmen? Hä? Oh, schon verkackt? Oh gut. So. Und das hier. Ich hab gleich wieder verkackt. Diese gibt's da noch für Bomben. Die meint da für Bomben. Da ist ja noch was los. Das und das. Und das. Und das. Und, nicht das. Oh man, sind wir gut! dass er für mich wieder so ein Riesel darstellt. Äh, ja. Ja, geil. Hä? Bist blöd? Bist ja voll blöd, ja? Ich glaube nicht blöd. Was denkst du? Voll blöd, ja. Mach's einfach so. Tödeltedin. Tödeltedin. Mach's schon mal 144. Sehr gut. Tödeltedin.